Wilde Küstenlandschaften, neblige Moore, idyllische Täler und die sagenumwobenen Highlands. Diese Reise wird mich in den rauen Norden Großbritanniens führen. Nach Schottland, in ein Land voller Kontraste. Die Schönheit der letzten Wildnis Großbritanniens ist schlicht und einfach überwältigend. Nur wenige Stunden von Deutschland entfernt, bekommt man ein außergewöhnliches Naturerlebnis mit hohem Suchtpotenzial geboten. Doch nicht nur die Landschaften Schottlands ziehen die Besucher in ihren Bann, denn das Land ist auch reich an Kultur und Geschichte. Es kommen einem unzählige Dinge in den Kopf, wenn man an Schottland denkt. Gekrönt wird diese Reise durch die Begegnungen mit einem Volk, das sicherlich zu den gastfreundlichsten in Europa gezählt werden darf. Kein Wunder also, dass dieses Land über eine so große und treue Fangemeinde verfügt. Jahr für Jahr zieht es unzählige Besucher in den hohen Norden. Es war Liebe auf den ersten Blick. Das ist ein Satz, den man immer wieder hört, wenn man mit Reisenden über ihre Verbindung zu Schottland spricht. Sechs Wochen lang werde ich die Highlands und die Inseln im Atlantik bereisen, wo das schottische Herz meiner Meinung nach am lautesten schlägt. Was das ist ein Triench? Bitte ist ein Kronoslobius.